Der Pestrollen überall. Der Sackgasse. Ah, hier geht's weiter. Das ist hässlich. Der Kind und die Familie haben festgestorben. Bitte sag mir, dass es hier ist. Er ist dead. Die Tür, oder? Ja, da kann man raus. Aber warte, gegenüber war ja auch noch ein Raum. Was zum Einsammeln. Da lebt noch jemand. Madame. Alice. Du bist es. Ich bin nicht Alice. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Das werde ich ruhen. Gut gemacht. Überhaupt nicht gut. Komm. Können wir es aufhalten? Du meinst den Biss? Ja. Aber wenn wir die Go heilen. Die Frage ist, wird das die Ratten aufhalten? Das weiß ich noch nicht. Wir haben noch keine gesehen. Wenn sie hier sind, sie verstecken sich vor der Sonne. Und warten. Ja. Wenn wir die Go heilen, dann gibt es keinen dritten Teil mehr, oder? Oh Gott. Eine ganze Stadt. Das Symbol. Er ist im Turm. Er muss dort sein. Ach ja? Lukas, es wird nicht leicht dort hinzukommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Was ist das? Ich freue mich hier auch schon. Ich kann nicht entscheiden, ob ich es auf der PS5 oder auf der Sirius spiele. Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Ich weiß nicht, ob der DualSense-Futzer unterstützt wird. Ich bin dann noch zehn gegen die E-Ga. Und wir fliegen wieder runter. Und wir fliegen wieder runter, oder? Lukas! Ah! 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 Ah, was ist das? Sie sind hier! Nicht die Fackel fallen lassen! Solange ihr sie habt, werden sie euch nichts tun! Was wollen die von mir? Kommt zu uns rüber! Wir müssen wieder nach oben gehen! Die Sonne wird uns beschützen! Ganz ruhig, im Licht seid ihr sicher! Alles klar! Voll so sicher! Woher noch diese Bieste? Da kommen mehr! Sehr viel mehr! Lauf weiter! Es sind zu viele! Nicht stehen bleiben! Beachtet sie nicht! Lauf weiter! Awe! Was da? Die Fackel wollen ich mir weg. Wow! Siehst du einen Ausweg? Heftiger! Heftiger! Mach zu! Hilf mir! Hilf mir! Ja, das ist nicht alles gut. Halt! Du! Nein! Nein! Das war's! Nein! Wir haben Licht! Noch sind wir sicher! Wir sind sicher! Alles gut! Ruhig bleiben! Bleib! Bleib Nava hier! Meinst du, wir kommen hier raus? Das müssen wir! Ganz vorsichtig! Ich wusste es! Hab doch gesagt, sie sind hier! Das sind ja Millionen! Aber wie können es schon so viele sein? Hügo! Sie sind wegen ihm hier! Sie sind immer da! Glaub ich! Um unsere Erde halt! Oder vielleicht in der Wand vorher! Das kann nicht nur von diesem Kurs zu sein! Das sollte reichen! Vino! Sie klettern! Was? Wie? Das ist übel! Wir müssen zum Turm Vodan zu Ugo bringen und hier verschwinden! Die Raten neu bekommen oder was? Sie können jetzt schon klettern? Meine Sachen! Ich hab sie beim Sturz verloren! Muss auch ohne gehen! Ja! Bitte lass die Fackel nicht fallen! Viel davon dem! Wir können diese Wand hochklettern! Aber ich brauch freie Hände! Wir können die Fackel da reinstecken! Natürlich! Wir können den direkten Weg! Ja! Den werfen! Sehr direkt bitte! Nein! Den werfen! Lukas! Wenn die Nacht anbricht! Ja! Dann kann sie nichts mehr aufhalten! Ich bin genau ausgegangen! Ich bin schon sicher verloren! Wenn es nach wird! Und hier! Genau! Wir müssen weiter nach oben! Das Feuer hält! Vorerst! Vorerst! Gut! Noch ein Feuerbecken! Wir können es schaffen! Wir schaffen es! Eine Leiter! Ja! Rareet nur! Warte mal! Samt! Ich dachte ich hab die Schläuder rausgelöst! Ja, das geht bestimmt! Sollte funktionieren! Es werde Licht! Ja! Weil da rüberklasse! Jetzt geht's auf einmal, woher ging's denn nichts, ne? Wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Gut, ganz ruhig. Na dann. Nichts überstürzen. Lukas! Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter, kletter hoch, schnell. Ja. Das muss natürlich mir passieren. Ich, ich brauch Hilfe. Sie sind hinter mir her. Bleib ruhig. Noch ist alles gut. Ja, noch. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Ja, das ist hier mit dem Loch. Okay, alles gut. Aber nicht verlangen. Gut, sollte reichen. Das ist der Piste. Erledigt! Danke, ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Danke, das war cool. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Das war schrecklich. Irgendwas, wie im ersten Teil alles erlebt haben. Das war schrecklich. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Todes kommen? Außer bis zum Bosskampf. Ich kann es kaum erwarten, Magister, Wodan's Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Ich kann es ja rüber, wenn ich ein Gehirn habe oder so. Ich kriege ja die Fächer-Dratten irgendwie zum Befehligen. Oh nein! Schon wieder runter? Oh ja! Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Das nächste ist, es stimm ich gar nicht. Dann ein Rodofor. Dann ein Kalister-Protokoll. Das ist der Eilersatz. Noch warm? Sie sind in der Nähe. Vorsicht! Rodofor ist immer. Ach so, das lebt im Spiel. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Ein Mammut oder was? Lukas. Was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant. Aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach. Unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Ich glaube, wir werden dann auch herabkommen, weil sonst wäre das Feuer nicht da. Die Sacke hoch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Nach Eiern. Vor allem Eiern. Oder wie in Zubanjur gesagt wird, nach Dämonen. Ich brauche dich hier. Klar. Wow. Okay. Dann aber es jetzt. Oh nein. Hörst du das? Oh nein, bitte nicht. Das ist richtig. Gut. Wie viele das sind. Wir stecken fest, Lukas. Nein. Nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol. Was wir so finden können. Ich würde was bauen. Na gut. Die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Nicht fallen. Danke, Lukas. Klaubsenplage. So. Sag es doch was mit Fleisch. Gut. Aber das wird nicht genügen. Das werden sie mögen. Ekelhaft. Da unten sind zu viele Ratten. Wir müssen erst diese Ratten loswerden. Sieht sicher aus. Gut. Dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Und? Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja. Das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Komm zurück. Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Das ist Schwefel, oder? Wenn du siehst. Ja. Auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Da war ein bisschen was von Rüscher, oder? Selten so einen Spaß gehabt. Natürlich. Er bleibt nicht oben. Kann ich helfen? Gute Idee. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Okay. Das muss ich wahrscheinlich da rüberfahren. Kein Punkt belassen. Auf dein Zeichen. Lass es bleiben. Sofort. Los, schneller. Ich mache mir Sorgen, Omigo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudan finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drinnen ist. Und die ganzen Ratten und Söldner... Hey. Eins nach dem anderen. Ja. Gut. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja. Das ist eine gute Nachricht. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. Okay. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Wow. Was zur Hölle? Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Richtige. Versuchen wir die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Da sind unsere Kurbeln. Oben. Unter dem Gewölbe. Ja. Versuchen wir es. Ganz schön viele antike Krügel. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja. Manche Dinge ändern sich nie. Hier. Das ist die letzte oder? Nein. Das ist die Nelbe mir, na? Ah, da. Toch. Da sind immer noch Ratten. dieser Tontopf. Er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Ja. Na gut. Bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Was ist das, Amisir? Hoffentlich! Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen. Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Ah, man kann das auch direkt hier weg tun, aber ich kann nicht mitbekommen. Käfige, sie hatten hier noch mehr Tiere. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudan, aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Ja. Da runter aus. Da hinten. Da komme ich nur hin, wenn ich da jetzt ein Ding hinwerfe. Gut. Ich dachte, ich kann da rein. Gut. Mein Fehler. Ich bin mit dem Reden. Lukas, du bist dran. Geht klar. Unmöglich. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Käfige. Sie hatten hier noch mehr Tiere. Sie hatten hier noch mehr Tiere. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudan. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Ich habe hier. Ich habe hier noch einen Topper. Oder was? Auf das war ich nicht vorbereitet, dass ich schießen muss. Und die Schleuder gehen raus. Hugo, ich finde diesen Vaudan. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Ja. ... ... ... Warum schießt sie nicht? Achso, verdammt. Auf zur Kurbel. Bringen wir den Aufzug runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin so weit. Ich warte auf dein Zeichen. Was ist passiert? Ich habe losgelassen. Los nochmal! Endlich! Auf dein Signal! Los! Ähm, hast du das gehört? Könnte sein, dass die Dämpse bricht. Wir müssen zum Aufzug! Schnell! Stabil! Wie haben wir das geschafft? Ach, mit viel Können und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja. Aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen. Ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Na, hoffentlich hast du recht. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Ja! Ja! Der Turm! Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Wir haben uns nicht öfter mal sicher geschaut. Wir haben uns nicht öfter mal sicher geschaut. Keine Spur von diesem, die Treppe ist zu weit weg. Ich muss die Ratten irgendwie weglocken. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Ein Gemüsegarten! Oh, sieh nur! Mal sehen, was da drin ist. Eine improvisierte Kapelle. Willst du, äh, beten? Wenn du meinst, es könnte helfen. Danke. Wirklich. Aber wir haben keine Zeit. Beten. Ach, Träubig. Na, bete mal. Wie hilft das? Hey. Was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Ugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Prost. Totexon. Eikraut. Diese noch nie bildende Fasserpflanze mit winzigen weißen Blüten ist oft flachen Seen und Burggräben zu finden. Die Gratungsname Sagita, auf lateinisch feilt, äh, hätte ich mir schon gedacht, und leitet sich von der Form ihrer Blätter ab. Sie ist auch als Entenkartoffel bekannt, dass sie Knollen produziert, gedünstet, zubereitet werden. Es wird nachgesagt, dass sie große Medinein-Schwermetalle wie Kupfer oder Blei absorbiert. Zwei der sieben, reine Natale der Alchemie. Ausrüsten sogar. Der Ball wird es dunkel lang, kommen die Rotzen wieder raus. Keine Rotzen. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wie hielten diesen Ort für sicher? Wir kommen dem Turm immer näher. Da rauf und da rein, naja. Geh ich mal zuerst drauf. Mit dem Messer geht es besser. Mit dem Messer geht es leicht. Das war unser Hauptschulstuhl. Hier durch. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Ich bin halb angelangt. Dann werde ich wieder zum nächsten Mal weitermachen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.